Koko Fussball Koko Fussball Chelsea gegen wen? Manchester United Manchester United Die Juventus Der dritte Torgatuto Was ist das hier? Ah Tim Wie? Das schaffst auch nur du Mann Dirk Stitzke ist der geilste Ohne Scheiße Ich hab noch nie so ein unproblematisches Wahnsinnig geiles Booking Was auch immer Ja, das ist alles Das hab ich auch noch nie erlebt Dirk ist der allerbeste Wegen Dirk war ich Musikbeste So sieht's mal aus Weißt du, das war doch auch in Dings Weißt du, das war doch auch in Dings Weißt du In den wilden Westen In Amerika Die Wäschereien und so Die waren immer in Asiatischen Bei Lucky Luke und so Ich freu mich auf Mama kommt Ich freu mich darauf, die Show von Max mal zu sehen aus dem Publikum Weil ich werde zwar Mal kurz auf die Bühne kommen Aber ich werde vor allem mal das Privileg genießen Die Show zu sehen Als Zuschauer Darauf wollte ich mich wirklich sehen Ja, weil die hab ich noch nie gesehen Ich hab die Show noch nie gesehen als Show Immer nur von der Seite und von hinten Alles ist los Aber das find ich besonders gut Weißt du so weiter? Ja, komm mal Rocky Balboa On Draft Geht's jetzt Mach mal eine Ansparte Matteo, mach doch mal eine Ansparte Ne, nochmal, nochmal Chesser und Progressive Chesser und Progressive Chesser und Progressive Wir packen das Dings Richtig Mit beiden Händen und los geht's Okay Alter Bei uns Dabei Gay Zulang, Baby, Zulang. Zu lange, wo ein Gönnade ist. Da findest du schon meine Tür im Schiff. Zu lange, wo ein Gönnade ist. Zu lange, wo ein Gönnade ist. Zu lange, wo ein Gönnade ist. Das war's für heute. Fiffy, Fiffy, Fiffy! Gut, gut, gut! Das ist sehr, sehr gut!